Hallo Freunde! Die Geschichte, die ich euch heute erzählen werde, wäre vielleicht gar nicht passiert, wenn nicht eines Tages ein Mensch mit einem großen und liebevollen Herzen einen großen Schritt gemacht hätte, um einem anderen zu helfen. Und wie wir alle wissen, kehren gute Taten irgendwann zum Absender zurück. Und das werdet ihr heute sehen. Denn als sie vor vielen Jahren die Unterlagen für die Adoption eines Jungen ausfüllte, konnte Ingeborger McIntosh nicht ahnen, was diese edle Tat für sie bedeuten sollte. Ich will gleich vorwegnehmen, dass ihr Engagement und ihre grenzenlose Liebe ihr nach 27 Jahren buchstäblich das Leben gerettet haben. Aber der Reihe nach. Als junge und attraktive Frau ließ Ingeborger der Kummer anderer nicht kalt. Und so wählte sie von ihrer Jugend einen sehr ungewöhnlichen und schwierigen Beruf. Sie wurde Vormund für Kinder, die von ihren Eltern verlassen wurden. Alles hatte mit einer einfachen und grenzenlosen Liebe zu den Kleinen angefangen. Aber einige Jahre später fanden mehr als 120 verlassene Kinder Wärme, Zuwendung und Fürsorge im Haus von Ingeborger. Und obwohl sie jedes einzelne Kind mit unendlich viel Geduld und Liebe behandelte, gewann ein kleines Kind ihr ganzes Herz. In einem Heim für verlassene Kinder lernte Ingeborger einen vierjährigen Jungen kennen, der ohne Liebe und Fürsorge aufwuchs. Still saß er mit einer Schreibmaschine in der Ecke eines Raumes. Ihr war sofort klar, dass sie sich um den Jungen kümmern musste. Doch sie wurde bald enttäuscht. Sie konnte den kleinen Jordan nicht adoptieren. Und trotz der positiven Einstellung der Vormundschaftsbehörden wurde Ingeborger nicht erlaubt, das Kind bei sich aufzunehmen. Der Grund dafür war eine Bedingung, die die biologische Mutter für die Adoption gestellt hatte, nämlich dass Jordan nur von einer afroamerikanischen oder gemischten Familie adoptiert werden konnte. Aus diesem Grund wurde seit etwa vier Jahren im ganzen Land nach einer geeigneten Familie für den Jungen gesucht. Aber da keine solche Familie gefunden wurde, war der kleine Jordan gezwungen, in einem Waisenhaus zu leben. Viele Male lernte er seine neuen potenziellen Eltern kennen und jedes Mal musste er sich wieder von ihnen verabschieden. Wahrscheinlich wäre die Geschichte hier zu Ende, aber Ingeborger gab nicht auf und kämpfte um das Kind. Es dauerte mehrere Jahre, bis Jordan schließlich Ingeborgers offizieller Sohn wurde und in sein neues Zuhause zog. Was dann geschah? Das Kind führte mit seiner neuen Mutter ein glückliches Leben. Der Junge wurde erwachsen und ein unabhängiger Mann. Aber er trug die Frau im Herzen, die seine Mutter ersetzt und seinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt hatte. Jordan war seiner Adoptivmutter unendlich dankbar für seine Kindheit und insbesondere für die Fürsorge und Liebe, die sie ihm entgegengebracht hatte. Und als er eines Tages die Gelegenheit hatte, sich bei seiner Mutter zu bedanken, zögerte er keinen Augenblick. Der Grund dafür war, dass bei Ingeborger eine polizistische Nierenerkrankung diagnostiziert wurde und sie eine dringende und sofortige Transplantation benötigte. Natürlich war die Warteliste für Organspenden sehr lang. Viele Menschen müssen jahrelang auf eine Operation warten und einige starben während dieser Wartezeit. Und das gleiche Schicksal erwartete Ingeborger und sie stellte sich darauf ein, dass ihr Leben, das sie damit verbracht hatte, anderen zu helfen, zu Ende ging. Aber da kam ihr Sohn ins Spiel. Als Jordan von der Krankheit seiner Mutter erfuhr, unterzog er sich sofort allen notwendigen Tests, um die Verträglichkeit zu prüfen. Und wie sich herausstellte, war seine Niere vollständig geeignet für eine Transplantation, sodass der junge Mann ohne jedes Zögern einen Teil von sich selbst seiner geliebten Adoptivmutter geben konnte. Die Frau hatte bis zum letzten Moment keine Ahnung, wer der Spender war. Und als sie es herausfand, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Glücklicherweise verlief die Operation erfolgreich und Ingeborger konnte zur Freude aller ihrer Pflegekinder und natürlich Jordans Freude weiterleben. Symbolisch war auch, dass die Operation am Vorabend des Muttertags durchgeführt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die leibliche Mutter oder die Adoptivmutter handelt. Jordans eigene Worte beschreiben die Situation einfach und prägnant. Das war das Mindeste, was ich für meine Mutter tun konnte. Sie hat mich einmal gerettet. Und jetzt war es an mir, sie zu retten. Das ist umso überraschender, da eine solche Einstellung selbst bei Blutsverwandten selten anzutreffen ist. Dies ist wahrscheinlich der beste Grund, darüber nachzudenken, wie unser Handeln die Welt verändern kann. Uneigennützigkeit und Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe, das sind Münzen von unschätzbarem Wert, die man nicht für sich behalten sollte. Was hättet ihr an der Stelle dieses jungen Mannes getan? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das ist alles für heute. Bitte bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis bald. Tschüss.